Meine Familie dachte heute wirklich, dass wir nur einen kleinen Spaziergang machen. Weil ich aber die beste Mama auf der ganzen Welt bin, habe ich eine wunderschöne Hafenrundfahrt gewucht. Denn Malia ist noch nie mit einem Boot gefahren und das hat alles verändert. Während Zahle und ich die Aussicht genossen haben, durfte Malia mit dem Kapitän sogar das Boot steuern. Außerdem haben wir von Weitem eine Kreatur im Wasser gesehen. Ich war mir erst nicht ganz sicher, was das ist. Aber Malia hat das sofort gecheckt. Eine echte Mähung! Damit ist für sie nochmal direkt ein Traum in Erfüllung gegangen. Es ist unglaublich, was Kinder für eine Fantasie haben. Wir durften auf jeden Fall heute wieder wunderschöne Erinnerungen schaffen. Seid ihr schon mal mit einem Boot oder Schiff gefahren? Schreibt es gerne in die Kommentare.